Hallo und herzlich willkommen zurück zu Halo 1. In der leischen Folge sind wir mit dem Panzer rumgeheizt und haben Scheiße gebaut. In dieser Folge werden wir mit dem Panzer rumfahren und Scheiße bauen. Stirb! Wie gesagt, stirb. Oh, dann landet ein Landungsschiff, das gefällt mir gar nicht. Kann man es runterholen? Dann kann man nicht. Schade. Aber wir können die Kleinen hier kaputt machen. Ähm... Sie sind überall! Lass was für die anderen übrig! Hey, das war meiner! Ist mir egal. Kein Problem! Ich weiß, dass es für dich kein Problem ist. Oh, was zur Hölle. Was ist mit meinem Frieden, kleiner? I see, I see. Vier. Ich bleibe kommentarlos. Dafür adde ich kein Kommentar auf YouTube. Ich habe ihn zuerst gesehen. Ist mir egal, was du zuerst gesehen hast. Ich habe ihn zuerst erschossen. Ähm, ja. Wer, was? Ich steck mal kurz aus. Ich brauch kurz was. Mach sie alle! Ich bin mir so unsicher. Das da brauchen wir auf jeden Fall. Schlöderbomben müssen wir voll. Wir sind hochgeheert. Rock'n'roll! Ich steige ein. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal Sturm, gehen wir mal was fragen. Wo müssen? Ich meine, dann mache ich dich ein Geschenkern, kann schon losfahren. Das ist... ...weiter so. Was zum? Wasch du was gesagt? Okay, ich... Ich sollte nicht auf Nahkampf mit dem Dicken hier schießen. Hey! Okay! Yeah! Das hat mein Panzer, verstehe ich halt. Das finde ich nicht ganz so toll. Lass mir ein paar übrig! Ich werde euch nicht am Leben lassen! Leute! Wow! Das sind arg viele gewesen. Ich hab' sie! Richtig so! Schmerz-Mann-Sieke-Lohen vom Tag. Sag' einfach nichts, Kumpel. Kumpel. Ich dachte, die Allianz hätte alle Marines in dieser Gegend eliminiert. So froh, dass es nicht haben. Ich geh' rein. Ich sichere dich hinten. Jungs. Entweder ich springt auf oder ich fahr' alleine. Moi! Hat sonst noch jemand was gehört? Landungsschiff! Landungsschiff! Der Allianz im Anflug! Soldaten der Allianz hinter uns! Wir sitzen in der Falle! Ich hab' einen dicken Panzer, was willst'n du? Sperrfeuer! Sperrfeuer! Ja! Sperrfeuer! Ja! Ich hab' ihn! Das wird ihnen eine leere sein! Oh ja! Jetzt immer hier und jetzt. Kontakt verloren! Wiest du ihn? Was zum? Ich geb' den Panzer nun ungern auf, aber es sieht so aus, als ob wir das müssen. Los, los, los! Ich hab' diese Logik nicht, ich schmesse Granate, die säen die Granate und bleiben einfach stehen. Ixcold. Okay, Leute, kommt ihr! Oder muss ich alleine vorgehen. Die Allianz hat auf diesen Bergen Stellung bezogen, Sir! Wir sitzen fest! Wir müssen auf diese Hügelkette kommen. Leute, rennt! Marines, Stellung halten! Wir kümmern uns um die Geschütze! Master Chief, wir müssen die Hügelkette rauf bis unterhalb dieser Geschütze! Position wird gehalten! Behalte die Augen offen und gebt dem Master Chief Deckung! Sperrfeuer! Ich bin's! Ich weiß, dass du's bist. Hallo, Kamerad! Wie schmeckt dir das? Die werden's nie! Ähm, ja. Ich hab' mich mal gesehen. Mich hat zerwischt! Jetzt nicht zu gucken. Komm schon! Mist! Ausgezeichnet! Du fly'n a shit, bro! Du fly'n a shit, bro! okay wir lassen sich jetzt einfach mal hier stehen danke für die Hilfe Jungs okay hier kommen nicht durch ich bin ich benutze das Fahrzeug Jungs aus dem Weg Fittas hat da und so weg okay wir werden wieder zivilisiert und laufen schlafen jetzt jetzt nur noch ich will nicht den ganzen Spaß des Kampfes verderben. Ich kämpfe ehrenvoll. Renn nicht weg. Lauf nicht in mich rein, Junge. Das ist nicht nett. Das ist was gesagt, kleiner Freund. Renn nicht weg. Ich seh schon, ihr seid nicht gerade die hellsten Lichter im Universum. Und meine Jungs sind draußen geblieben. Okay. Na gut, ich komm halt alleine weiter. Mein Fehler, tut mir leid, ich bin raus aus dem Aufzug. Passiert nicht nochmal versprochen. Dieser Aufzug sagt... Hallo. Besuch ist hier. Okay. Okay, wir holen... Munition mit. Da liegt noch ein Konrad. Sehr gut. Hey! Ah! Okay, sieht aus, als ob wir hier lang müssen. Da hin! Da hin! Oh, die Klappe! Rennt und schreit an mir vorbei. Äh, schreit und rennt an mir vorbei, sorry. Da hab ich's dem Gelben aber mal gezeigt. Du solltest zum Zirkuskumpel. In der Army ist kein Platz für dich geht zum Zirkus. Den Skills. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wenn wir euch noch an eins zu eins nimmt, rein zu sehen. Ob wir die Frauen auf dem Weg gehen, müssen wir uns nehmen. Um das zu bezahlen kann, dann werden wir sie uns verfolgen. Das hat die Frauen auf der Tief an 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 der Tief. das geht ok sie sind aufgewacht und ja das sind die gleiche leben Ich hoffe, die zu verstecken, Mann, das ist echt nicht cool. Munition, sehr gut. Ich versuche mir hier so Starfick wie möglich durchzuschleichen, hat super funktioniert. Ich bin da durchgeskillt, Starfick wie ein Pro. Okay, ich bin verwirrt. Wozu? Ähm, ja. Ist das überhaupt besser, wenn ich mich mal hier von... irgendwie... ... 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